Mein Jesu schreibt zu falschen Lügenstele, um uns damit zu zeigen, dass seiner Warmes voller Wille für uns zu leiden sei die Leid und dass wir in dergleichen Fall ihm sollen ähnlich sein und in Verfolgung stille schweigen um uns damit zu zeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017